Es ist schön, euch wiederzusehen, Messiae. Sämtliche Reinigungsarbeiten sind abgelöst. Es ist so glanzig. Ihr hattet schon viele Liebhaber, richtig? Weniger als manche glauben. Aber ihr bleibt nie bei ihnen. Nein, wozu auch? Aber der Akt der Liebe ist doch etwas so... intimes. Liebe spielt bei mir keine Rolle. Was ich tue, ist absolut oberflächlich, mein Kätzchen. Zerbrecht euch darüber nicht euren hübschen kleinen Kopf. Ich habe diese Feuerdrüse direkt vor der Stadt einem hohen Drachen abgenommen. Ihr habt einen hohen Drachen getötet? Unfassbar! Zeigt mir diese Feuerdrüse einmal. Könnt ihr daraus irgendetwas machen? Diese Feuerdrüse ist ein bemerkenswertes Exemplar. Wartet hier, ich weiß genau, was ich daraus herstellen werde. Es ist ganz wunderbar geworden, eines Champions würdig. Hoffentlich könnt ihr etwas damit anfangen. Ich tue mich an, wenn ich meine Ruhe bin. Ich tue mich an, wenn du da bist, das ist wahr, ich weiß. Ich bin mir da. Es ist etwas, was ich nicht евregen. Es ist immer so, dass es mir ist, es ist schon etwas, was ich war. Es ist immer so, was ich es nicht gewollt. Das war's. Das war's. Kann man sie bergen? Leider hat es eure wertvolle Ausrüstung nicht überlebt. Und eure Arbeiter auch nicht. Oh, mein Herz. So viele Jahre immer nur investiert. Ich bin ruiniert. Ruiniert. Es tut mir leid, Champion. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Aber mein gesamtes Geld steckt in dieser verdammten Miene. Ich habe nichts mehr, um euch zu bezahlen. Gebt mir die Knochengrube. Vielleicht kann ich sie in den nächsten Jahren wieder auf Vordermann bringen. Was? Tja, also gut, nehmt sie. Dann bin ich dieses verfluchte Unternehmen endlich los. Was? Ja, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Los, suchen wir diese Kisten! Los, suchen wir diese Kisten! Los, suchen wir diese Kisten! Anscheinend haben wir die Kisten aus diesem Frachtbrief gefunden. Hier stimmt etwas nicht. Eine Falle! Anscheinend haben wir diese Kisten! Anscheinend haben wir diese Kisten! Das war's für heute. Ich weiß nicht, dass ich das jetzt nicht sehe. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020